Sir, Sie müssen ein verantwortungsvolles Leben führen und das beginnt mit der Erziehung des weisen Jungen, den Sie adoptiert haben. Ich wollte da bloß sarkastisch sein. Hallo, versteckte Kamera. Das ist die Batcave. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Das ist das Batcave. Fass das nicht an. Das ist der Batcave. Fass den auch nicht an. Das ist das Batcave. Nicht. Bekomme ich ein Kostüm? Das ist Tom, aber die Hose ist mir ein bisschen zu eng. Ich habe eine Idee. Viel besser. Ich kann dir im Moment nur in die Augen sehen. Hi Batman. Das gibt's nicht. Komm, fang deinen größten Feind. Superman ist mein größter Feind. Superman ist kein Bösewicht. Dann würde ich sagen, ich kämpfe gerade gegen eine Handvoll verschiedener Leute. Ich kämpfe gerne in der Gegend rum. Nicht volle. Out. Nicht schlecht. Initialisiere Meisterbauern. Hab ihn zweimal. Ich brauche ein Macaroni. Ja, geschafft. Ganz schön coole. Warum hast du hier nur einen Sitz eingebaut? Weil ich beim letzten Check nur einen Hintern hatte. Ich verscheide. Ich verscheide. Ich verscheide.